Werner Heinzerich Lorand ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Der gelernte Maler und Anstreicher, ältestes von sieben Kindern eines Maurers, gewann mit Eintracht Frankfurt zu Anfang der 1980er Jahre den UEFA Cup und den DFB-Pokal. Ansonsten musste der defensive Mittelfeldspieler und Verteidiger mit vier verschiedenen Vereinen den Abstieg aus der Bundesliga hinnehmen. Als Trainer führte er in den 1990er Jahren den TSV 1860 München von der Drittligameisterschaft bis zur Qualifikation für die Champions League. Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 und Viktoria Aschaffenburg gelangen ihm zwei weitere Meisterschaften in der dritten Liga. In jenen Jahren noch die höchste Amateurklasse. Bei weiteren Engagements, die ihn unter anderem in die Türkei und nach Ostasien führten, waren ihm mit Ausnahme einer zypriotischen Wietzenmeisterschaft keine Erfolge beschieden. Sowohl als Spieler als auch als Trainer zeichnete er sich durch seine raue Art aus und musste sich in beiden Funktionen mehrfach der Sportgerichtsbarkeit stellen. Karriere als Spieler Werner Lorand begann als Zehnjähriger mit dem Fußballspielen in seinem Heimatort beim Amateurverein SV Well war. Mit dem er 1968 aus der Bezirksklasse Staffel 9 in die Landesliga Staffel 5 aufstieg. Später schloss er sich dem seinerzeitigen Zweitligisten Westfalia Herne an. In der Saison 1971, 72. Lorand war 1971 vom SV Well war als Länderpokalspieler von Westfalen zu Dortmund gekommen, kam der Mittelfeldspieler zu 23. Bundesliga-Einsätzen für Borussia Dortmund und war dabei unter anderem Teil der Elf, die beim FC Bayern München mit 1 Uhr elf unterlag. Zum Saisonende stieg der Verein als 17. ab. Lorand blieb bei Dortmund, transferierte allerdings, nachdem der direkte Wiederaufstieg nicht gelungen war. Zur Saison 1973, 74. zum Aufsteiger Rot-Weiß-Essen. Während er Spieler in Essen war, trainierte er gleichzeitig den SC Westdünnen in Hamm. Hier entdeckte er 1975 Horst Rube Stehner an Rot-Weiß-Essen weiterem Fall. Bei Essen wurde er auch oft als Verteidiger eingesetzt und spielte bis zum Abstieg 1977 unter anderem neben der vereinslegende Willi Ente Lippens, den späteren Nationalstürmern Manfred Burgsmüller und Horst Rubisch sowie dem Mittelfeldregisseur Günther Nobby. Für Hoff. In 116 Bundesligaspielen für die Essener erzielte er 16 Treffer. Er ist damit einer von nur sieben Essener Spielern mit mehr als 100 Bundesliga-Einsätzen. Nach dem Abstieg mit dem Verein wechselte er zum Bundesliga-Aufsteiger des Vorjahres, dem 1. FC Saarbrücken, mit dem er jedoch zum dritten Mal in seiner Laufbahn einen Abstieg hinnehmen musste. Danach wechselte er zur Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter, mit den Weltmeistern von 1974 Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein sowie weiteren attraktiven Spielern wie Norbert Nachtwey, Bernd Nickel und dem Österreicher Bruno Petzai, wurden in jenen Jahren stets zu den Mitfavoriten um den Meistertitel gezählt. Es gelang aber nur 1979 und 1980 die Qualifikation um den UEFA Cup. Der Gewinn des Pokals unter Trainer Friedl Rausch in den Finalspielen von 1980 gegen Borussia Mönchengladbach wurde zum Karriere-Höhepunkt Werner Lorenz. Der koreanische Stürmer C.H. Abumkun war dabei die Entdeckung des Jahres bei der Eintracht. In der darauf folgenden Spielzeit gelang unter Trainer Lothar Buchmann ein 3-zu-1-Erfolg im DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zwischen dem 15. und 16. Spieltag der Saison 1982-83 schloss sich der gerade 34 Jahre alt gewordene Lorand nach 134 Bundesligaspielen für die Eintracht, in denen er 21 Tore erzielt hatte, dem Bundesliga-Wiederaufsteiger und zu diesem Zeitpunkt Tabellen vorletzten der Liga, dem FC Schalke 04 an. Mit den Schalkern belegte er am Saisonende den 16. Platz. In den damals üblichen Relegationsspielen gegen den Zweitligatritten in jener Saison der FC Bayer 05 für Ding, verlor Schalke auswärts mit 1-zu-3 und stieg nach einem 1-zu-1 im Rückspiel zum zweiten Mal aus der Elite-Klasse ab. Dies war der vierte Bundesliga-Abstieg für Lorand, der bis auf die Partie am 22. Spieltag in allen Ligaspielen der Knappen nach seinem Transfer teilgenommen hatte, dabei aber torlos blieb. Lorand spielte daraufhin noch die Saison 1983-84 in der zweiten Bundesliga für Hannover 96, das in jenem Jahr aber nur 14. wurde. Von 1984 bis 1986 beim SV Heidingsfeld und von 1986 bis 1987 beim 1. FC Schweinfurt 05 fungierte er noch als Spielertrainer im gehobenen Amateurbereich. Lorand war als harter Spieler bekannt und erwarb sich den Beinamen Werner Beinhardt. In seinen insgesamt 325 Bundesliga-Partien, in denen er 54 Tore und ein Eigentor erzielte, wurde er 67 Mal mit der gelben und auch zweimal mit der roten Karte bedacht. Die Hoden von Nationalspieler Jupp Kappemann, damals beim FC Bayern München, griff er der einst so stark, sodass dieser ärztlich behandelt werden musste. Theo Hohmann vom Wuppertaler SV trat er 1974 dermaßen gegen das Knie, sodass dieser zum Sportinvaliden erklärt werden musste. In der zweiten Bundesliga, in der er in ein und 60 Spielen 8 Tore erzielte, wurde ihm weitere 8 Mal eine Verwarnung ausgesprochen. Bernd Hölzenbein äußerte sich einmal wie folgt über ihn. Seine Härte war gefürchtet. Wenn mich mal ein Gegenspieler nervte, drohte ich ihm mit Werner. Nach dem Motto, ich hetzt den Lorand auf dich. Karriere als Trainer Erste Trainererfahrung machte er bereits als Profi von Rot-Weiß-Essen. Als er nebenbei den unterklassigen SC Westdünnen in Hamm betreute und dort als Trainer aber in Horst-Rubisch einen seiner zukünftigen Mitspieler in Essen entdeckte. In der Saison 1982-83, damals noch Profi bei Eintracht Frankfurt, betreute er ebenfalls nebenher den VfR Groß-Gerau. Musste aber bereits Ende November aufgrund seines Wechsels zum FC Schalke 04 sein Engagement einstellen. Nach der Profilaufbahn begann Lorand seine eigentliche Trainerkarriere im Jahr 1984 beim Würzburger Verein SV Heidingsfeld, wo er sich als Spielertrainer betätigte. Ab 1986 füllte er diese Funktion beim 1. FC Schweinfurt 05 Ost, mit dem er 1990 in die zweite Liga aufstieg. Ab 1990 trainierte er Viktoria Aschaffenburg und gewann mit dem Verein 1992 die Meisterschaft in der drittklassigen Oberliga Hessen. Zum 1. Juli 1992 wurde er vom Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser des seit Jahren in der drittklassigen Bayern-Ligaspielenden TSV 1860 München verpflichtet und führte die Löwen innerhalb von zwei Jahren in die erste Bundesliga. 1997 erreichte er dort mit den Münchnern den siebten Platz, was in jenem Jahr zur Qualifikation für den UEFA Cup reichte, wo die Sechziger aber in der zweiten Runde an Rapid Wien scheiterten. Nach weiteren Platzierungen im Mittelfeld erreichte er mit dem TSV 1860-2000 den vierten Platz. Der zur Qualifikation zur Champions League Teilnahme berechtigte, scheiterte dort aber mit 1 zu 2 und 0 zu 1 an Leeds United aus England. Bei der anschließenden Teilnahme am UEFA Cup schied 1860 nach einem beachtlichen 2 zu 2 auswärts mit einer 0 zu 2 Heimniederlage gegen den AC Parma aus, Italien aus. In der Bundesliga wurde 1860 Elfter. Nach einer 1 zu 5 Niederlage am 9. Spieltag der Saison 2001-02 im Derby gegen den FC Bayern kamen schwelende Auseinandersetzungen mit dem Vereinspräsidenten Wildmoser zu ihrem Höhepunkt und Laurent wurde entlassen. Sein Nachfolger als Trainer der zu diesem Zeitpunkt auf dem 10. Platz stehenden Mannschaft wurde der ehemalige österreichische Nationalspieler und frühere Löwenspieler Peter Pakkult. Die Ära von Laurent war vor allem dadurch gekennzeichnet, dass alljährlich große Teile der Mannschaft ausgetauscht wurden. Die Nationalspieler Thomas Hessler und Martin Max spielten in der Spätphase ihrer Karriere ab 1999 unter Laurent. Max wurde dabei zweimal Bundesliga-Torschützenkönig. Nationalspieler Jens Jeremies wurde seinerzeit beim TSV 1860 entdeckt. Ausländische Nationalspieler jener Zeit waren unter anderem Abedi Pele aus Ghana, Harald Czerny aus Österreich, Miroslav Stevic aus Serbien sowie Paul Agostino und Nezelik aus Australien. Horst Held, Olaf Bodden, Manfred Schwabel und Bernd Tres waren weitere Spieler der Ära Laurent bei 1860 die Beachtung fanden. Ab Januar 2002 trainierte er den türkischen Spitzenverein Fenerbahce Istanbul. Nach seiner Entlassung dort im Dezember desselben Jahres wurde er aber sofort von seiner Zeit als LR-Infirmierenden Zweit-Bundesligisten Rot-Weiß. Ahlen verpflichtet. Er führte den Verein aus der Abstiegszone zum 12. Platz. Es kam aber dennoch nicht zu einem Engagement über das Saisonende hinaus. Ab Oktober 2003 trainierte er den neu gegründeten südkoreanischen Verein Inchein United und führte diesen in die ebenso neu gegründete Erste Liga. Die K-League ein, die im April 2004 den Spielbetrieb aufnahm. Inchein konnte dort aber nicht überzeugen und es kam schon im August zur Trennung. Von März bis Mai 2005 saß er auf der Bank des zypriotischen Meisters AP OEL Nicosia, konnte dort aber nicht die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung erfüllen und wurde nur Zweiter. Im Juni des Jahres übernahm er den türkischen Erstliga-Aufsteiger Sivas Spor und erreichte mit dem Verein auf Anhieb den achten Platz in der Super League. Nachdem er bereits im Februar 2006 zeitweise als Trainer der Sportfreunde Siegen im Gespräch gewesen war, wurde der ursprünglich bis 2007 laufende Vertrag zu Saisonschluss dennoch vorzeitig aufgelöst. Von Juli bis Oktober 2006 war er Trainer bei Saipa Teheran, bevor er zu Kayseri Egyespor in die Türkei zurückkehrte. Im Januar 2007 stand der Verein auf dem letzten Platz der Super League und es kam zur vorzeitigen Trennung. Im März 2007 wurde Laurent vom auf dem vorletzten Platz der zweiten Bundesliga befindlichen Münchner Vorortsverein, der SPVGG Unterhaching, als Nothelfer verpflichtet. Er konnte der Mannschaft jedoch keine entscheidenden Impulse geben und es änderte sich bis zum Saisonende nichts am Tabellenplatz. Nachdem sein ursprünglich bis zu Saisonende laufender Vertrag im Mai 2007 um ein Jahr verlängert worden war, trat er aber dennoch bereits Anfang Oktober vom Traineramt des nunmehrigen Drittligisten zurück. Laurent begründete dies damit, dass der gewünschte sportliche Erfolg bisher nicht erreicht worden sei und er den Weg für einen Neuanfang bei der SPVGG freimachen wolle. Kurz darauf kehrte er wieder in die Türkei zurück, um Trainer bei Erstliga-Aufsteiger Kasim Pasa Istanbul zu werden. Nach sechs Niederlagen in den ersten sechs Spielen wurde der Vertrag allerdings Anfang Dezember 2007 einvernämmlich wieder aufgelöst. Kurze Zeit später unterschrieb er bei dem chinesischen Erstligisten FC Liao Ning, wo er nach nur drei Monaten eigenen Aussagen zufolge seinen Vertrag kündigte. Liao Ning lag seinerzeit auf dem letzten Tabellenplatz und stieg zum Ende der Saison nach zehnjährigem Aufenthalt in der höchsten Spielklasse ab. Im August 2008 trainierte Laurent kurzfristig den Münchner Bezirksligisten SV Ataspor ehe er Ende des Monats für acht Monate Trainer beim slowakischen Erstliga-Aufsteiger DRC Dunajska Streda wurde nach einer 0 zu 6 Niederlage bei Slovan Bratislava wurde Medienberichten zufolge sein. Vertrag am 22. April 2009 einvernehmlich aufgelöst. Der Verein schloss die Saison als Achter von neun Vereinen ab und hielt die Liga. Im März 2010 wurde Laurent zum Sportdirektor von Tennis Borussia Berlin benannt. Der Verein ersuchte allerdings bereits im Mai um die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Im März 2012 wurde Laurent erneut Trainer beim slowakischen Verein DRC Dunajska Streda. Anfang April musste er sein Traineramt jedoch zunächst wieder niederlegen, da die benötigte Fußballtrainerlizenz abgelaufen war. Im April 2015 wurde bekannt, dass Laurent beim TSV Haging am See den Trainerposten der ersten Mannschaft übernommen hat, um einen Abstieg aus der Bezirksliga zu verhindern. Nach dem Erreichen dieses Zieles legte er sein Traineramt beim TSV nieder. Laurent blieb auch als Trainer Werner beinhart. Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht, bemerkte er einmal. Sein Verhältnis zur Mannschaft kommentierte er mit, was soll ich mit den Spielern reden, ich bin doch kein Pfarrer. Er war für sein cholerisches Temperament bekannt. Oftmals wurde er wegen seiner Unbeherrschtheiten Schiedsrichtern und gegnerischen Spielern gegenüber auf die Tribüne verwiesen. Mit langen Spielsperren und hohen Geldstrafen bedacht. Dem Schiedsrichter Georg Daden beschied er einmal durch die Presse, dass er froh sein könne, dass er dem keine Gelang hätte, weil er so weit weg gewesen sei. Sonstiges. Ab dem 27. Juni 2009 ergänzte Laurent zusammen mit Rainer Kallmund das Kompetenzteam in Oliver Pochers Fußball-Casting-Show Sportfreunde Pocher. Alle gegen die Bayern. Laurent trainierte dort eine aus Prominenten und Hobbysportlern zusammengestellte Mannschaft, die am Ende der Show am 25. Juli 2009 gegen den FC Bayern München antrat. Das Spiel zugunsten der Aktion Ein Herz für Kinder endete mit 13 zu 0 für die Bayern. Am 7. März 2010 betreute Laurent eine als Run All-Stars auflaufende Prominentenauswahl. Die nach dem Erdbeben in Haiti in einem Benefizspiel gegen die haizianische Fußball-Nationalmannschaft in der Augsburger Impuls-Arena antrat und mit 2 zu 6 verlor. Es war das erste Spiel, das die haizianische Nationalmannschaft nach der Katastrophe bestritt. Im Mai 2011 wurde Laurents Anwesen in Dorfen bei München auf Betreiben des neuen Eigentümers zwangsgeräumt. Zuvor war es zur Zwangsversteigerung gekommen, da Laurent seine Hypotheken in einer Höhe von 550.000 Euro nicht bedienen konnte. Als Ursache für seine finanzielle Situation wurden Spekulationen mit Ostimmobilien in den 1990er Jahren angegeben. Zeitgleich kam es zur Trennung von seiner Ehefrau. 2011 nahm Laurent an der zweiten Staffel der von ProSieben gesendeten Reality-TV-Show Die Alm teil und erreichte den neunte Platz. Seit einiger Zeit lebt Laurent auf Mallorca, in den Sommermonaten aber in Waging am See. Dort gibt er Trainingsstunden für Kinder. Seit einiger Zeit